Weil wir wollen nicht nur ranken, wir wollen nicht nur irgendwie Traffic, sondern wir haben ja ein übergeordnetes Ziel mit unserer Website, was wir erreichen wollen. Und das eben auch über den organischen Traffic beispielsweise von Google. Eine schlechte Website-Navigation zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, dass sie kein Mehrwert bietet. Egal mit welchem Blickwinkel ich auf die Seite schaue, sei es Conversion-Rate-Optimierung, UX, SEO, es hat kein Mehrwert für den Nutzer, die Nutzerin. Also eine Person findet sich auch nicht zurecht. Wenn wir jetzt überlegen, wofür haben wir denn eine Website-Navigation dann, dass Leute Orientierung haben, wissen, ich muss auf A klicken, dass ich zu B komme und irgendwie an mein Ziel komme. Denn meistens möchte man ja etwas Bestimmtes erreichen. Und ja, eine schlechte Website-Navigation hat keine Nutzerführung, hat kein Ziel und hat vor allem auch den Nutzer bzw. die Nutzerin nicht im Vordergrund. Also zum einen hängen ja UX oder auch generell das ganze Thema Usability, Page Experience ganz eng mit dem Thema SEO zusammen. Also klar, wir haben unsere SEO-Ziele, aber die sollten ja immer mit unseren Websites oder unseren Unternehmenszielen zusammenhängen. Und wenn wir jetzt nicht vielleicht den perfekten Einstieg auch haben, direkt über Google und eine Person sich vielleicht auch weiter navigieren möchte, auch dann wollen wir ja die Möglichkeit haben, dass die Person an das Ziel kommt. Also auch dafür finde ich das zum einen sehr, sehr wichtig, weil wir wollen nicht nur ranken, wir wollen nicht nur irgendwie Traffic, sondern wir haben ja ein übergeordnetes Ziel mit unserer Website, was wir erreichen wollen und das eben auch über den organischen Traffic beispielsweise von Google. Also von daher, das hängt ganz, ganz eng zusammen, auch über, ja, weil das einfach auch generell wichtig für SEO ist, wie ist die Experience auf der Seite, aber auch solche Faktoren mit, welche Keywords deck ich eigentlich ab, welche Landingpages habe ich, das hängt ja irgendwie mit der Website-Navigation zusammen, Thema Crawlability, wie ist die interne Verlinkung, die Website-Navigation, ich meine, das sind Verlinkungen auf der Seite und was machen wir, wir optimieren die interne Verlinkung im SEO, also das ist einfach ein ganz, ganz großer Überschnitt da. Wenn ich als SEO in die Navigationsoptimierung reingehe, dann sollte ich erstmal mit einer Analyse starten, also ich sollte jetzt nicht einfach drauf losgehen und sagen, ich mache jetzt mal die Navigation neu, weil das ist meistens kein guter Ansatz, sondern es sollte einen Grund haben, es gibt offene Potenziale, ich will weitere Keywords abdecken, brauche neue Landingpages, die passen hier reich, ist gut in die Navigation und so weiter. Oder irgendwas passt von der internen Verlinkung nicht, die Navigation ist eigentlich nicht wirklich als Links tatsächlich auf der Seite, sondern über irgendwelche komische Varianten eingebunden, da gibt es ja auch alles Mögliche, was man sehen kann, aber man merkt schon hier ganz viele verschiedene Hintergründe, warum man vielleicht technisch etwas anpassen sollte, warum man bei der Navigation vielleicht weitere Landingpages mit aufbauen möchte, warum es die Struktur verändert oder man sieht einfach, es gibt super viele Seiten in der Navigation, die vielleicht auch nicht relevant sind, auch das Thema Audit kann damit eben ganz stark zusammenhängen oder die Struktur ist vielleicht nicht logisch, man merkt, okay, die Nutzer finden sich nicht darauf zurecht. Ganz viele unterschiedliche Ansätze, warum man in die Navigationsoptimierung geht. Und je nachdem, was das Potenzial ist, muss ich auch an meiner Argumentation arbeiten oder mit einer unterschiedlichen Argumentation eben das Thema aufmachen. Also beispielsweise, ich möchte weitere Landingpages abdecken, dann würde ich mit einer Argumentation reingehen und sagen, ja, wir haben das Potenzial, ihr habt Inhalte auf der Seite, wir können deutlich mehr Personen erreichen zu relevanten Inhalten, für die ihr einen Mehrwert bieten könnt, wollt ihr nicht diese weiteren Personen zusätzlich auch mit abgreifen. Wollt ihr nicht den zusätzlichen Traffic und die zusätzlichen Conversions mit auf der Seite. Da natürlich auch immer nochmal zu schauen, was ist denn möglich, was bringt es. Klar, im SEO ist es immer schwierig, das Ganze hochzurechnen, aber da auch wirklich ein Verständnis dafür zu schaffen, was bringt das, was hinten herauskommt und was ist das eigentliche Problem. Und das ist meistens eine ganz gute Herangehensweise. Also Erfolg zu messen ist ja erstmal die Frage, was definiere ich als Erfolg. Also wann ist für mich eine Navigationsumstellung erfolgreich? Ich glaube, das muss jeder für sich selbst erstmal definieren, auch zu sagen, welche KPIs betrachte ich, was sind meine primären, was sind meine sekundären KPIs und dann kann ich eben mit der Erfolgsmessung auch starten. Also vielleicht muss ich ja auch eine Umstellung machen aus irgendwelchen technischen Gründen oder was auch immer. Dann kann es ja auch sein, es ist ein Erfolg, wenn es einfach nur nicht schlechter geworden ist. Das gibt es auch durchaus mal. Oder aber ich sage, ich möchte weitere Begriffe abdecken. Das Beispiel hatten wir gerade, inwieweit schaffen es diese neue Landingpages, mehr Traffic, mehr Conversions auf die Seite zu bekommen? Kann ich vielleicht isoliert diese Seiten mit betrachten? Haben die vielleicht aber Auswirkungen noch auf andere? Also wird die Performance der anderen Seiten dadurch aber auch nicht schlechter, vielleicht das als sekundäre KPI noch mit aufzunehmen? Oder eben klassisch aus der Conversion Rate Optimierung A-B-Tests durchzuführen. Also wirklich den alten Stand der Navigation gegen den neuen Stand der Navigation zu testen. Klar, nicht jeder hat diese Möglichkeit, aber wenn die Seite groß genug ist, man genügend Traffic hat, dann würde ich das auf jeden Fall immer empfehlen. Aber hängt wie gesagt auch immer davon ab, was möchte man erreichen, was ist das Ziel des Ganzen und dann sollte man das Erfolgsmonitoring darauf auch ausbauen. Also ich starte bei so einer Navigationsoptimierung. Klar, ich bin SEO immer ganz gern mit einer Keyword-Recherche, aber eben mit dem Hintergrund, was ist das Ziel der Website, worin kann die Website oder das Unternehmen einen Mehrwert bieten, worin ist sie Spezialist, weil das sind ja genau die Themen, die abgedeckt werden müssen. Was gibt es darüber hinaus eben noch? Und meistens habe ich dann so ein ganz bundes Sammelsurium an Keywords, die irgendwie gar nicht strukturiert sind und dann das Ganze in eine Hierarchie zu bringen. Also was kann man logisch untereinander anordnen, was passt nebeneinander, sodass das nicht zu groß ist, nicht zu unübersichtlich und logisch ist von der Nutzerführung. Natürlich jetzt auch hier wieder in dem Moment, in dem man sich das überlegt, findet man es logisch. Deshalb ist das Testing eben auch so wichtig, weil nur wenn man es selbst logisch findet, heißt das immer noch nicht, dass es die Nutzer oder die Nutzerinnen der Website dann am Ende auch logisch finden. Und vor allem dabei auch immer noch mal zu überlegen, welche Navigationselemente gibt es. Wenn ich Keywords recherchiert habe, muss nicht vielleicht auch alles in die Hauptnavigation rein. Wir haben gerade über Übersichtlichkeit gesprochen. Wenn ich plötzlich anfange, alles in der Hauptnavigation zu stecken, je nach Seitengröße, je nach Thema kann das einfach extrem groß werden, dann auch noch mal zu überlegen, welche weiteren Möglichkeiten der Nutzerführung habe ich, welche Möglichkeiten habe ich Landingpages darzustellen, wo ich bestimmte Begriffe optimieren kann, wie Nutzer auf diese Seite auch kommen können, ich natürlich auch SEO-seitig diese Seiten optimieren kann. Und da dann auch in verschiedene Wege zu denken, sei es über eine Filternavigation zu denken, was sind aber auch typische Seiten, gehören vielleicht in eine Footer-Navigation, welche Seiten werden vielleicht an anderen Stellen verlinkt, oder möchte ich andere Keywords vielleicht auch über die interne Suche, kann man darüber streiten, ob es ein Navigationselement ist oder nicht, aber wo möchte ich was optimieren, also da breit zu denken und nicht nur in einem Navigationselement zu denken, wenn es dann auch tatsächlich an die Hierarchie der Website-Navigation geht. Also ich glaube nicht, dass SEOs die UX-Experten werden müssen oder die Designer, weil ich glaube einfach, wir sind SEOs und das ist auch gut so. Ich glaube, wir müssen das Wissen haben, dass das Faktoren sind, die damit einfließen. Wenn man das Glück hat, vielleicht in einem Unternehmen zu arbeiten, wo ich dann auch mit einem Conversion-Rate-Spezialisten sprechen kann, dann ist das natürlich super, dann sollte man das Know-how auch auf jeden Fall bündeln. Jetzt ist das natürlich nicht in jedem Unternehmen so oder auch in jeder Agentur so. Dann sollte man da auf jeden Fall das Bewusstsein haben. Und ich glaube aber generell als SEO, man macht ja nicht nur, ich sage jetzt mal klassisch SEO in diesem Sinne, sondern wir schauen ja auch wirklich auf Nutzerführung. Wir schauen, ist die Page-Experience der Seite gut? Das sind wir jetzt noch lange keine Conversion-Rate-Optimierungs- oder CO-Spezialisten. Aber ich glaube, SEO ist schon lange nicht mehr rein SEO und wir gucken, welche Keywords wir abdecken können, sondern viel nach rechts und links. Und dann hängt das eben von den Strukturen mit ab, wie tief man da reingeht oder eben auch nicht. Also ich habe natürlich eigene Fehler gemacht. Ich habe auch schon einige Fehler gesehen, die wir dann zum Glück auch berufen haben. Ich glaube so dieses, den größten Fehler, den ich gemacht habe ganz am Anfang, war dieses zu sagen, ich gucke mir der SEO-Brille auf dieses Navigationsprojekt. Ich habe wirklich gesagt, okay, Keyword, Suchvolumen, Suchintention noch, wir brauchen das alles, ich hätte alles hart in die Hauptnavigation geknallt und es wäre überhaupt nicht nutzerfreundlich gewesen. Also da Orientierung gleich null, einfach war für mich Keyword-Abdeckung das A und O war. Also da mittlerweile ist genau das, was ich gerade gesagt habe, man muss auch nach rechts und links schauen. Ich muss jetzt nicht sagen, ich bin UX-Spezialist, dass ich weiß, okay, es ist vielleicht unübersichtlich, wenn ich 100 Navigationspunkte auf einem Fleck habe. Da einfach mal wirklich aus Nutzersicht auf die Seite zu schauen, wenn man die Möglichkeit hat, sich da wirklich nochmal Rad ranzuziehen, das auf jeden Fall. Und auch einfach mal Leute zu fragen, wenn man die Möglichkeit hat, Nutzertests zu machen oder generell ein AB-Testing durchzuführen, dann mach das. Oder ansonsten die Freunde, die Familie mit auf die Website schauen lassen, wenn man jetzt vielleicht auch allein für eine Website zuständig ist und fragen, was siehst du denn, wo sollst du denn draufklicken, was biete ich denn an? Meistens kriegt man dann schon ganz guten Überblick, ob das denn so logisch ist und die Orientierung für andere Personen auch da sind, die die Website gerade nicht erstellt haben. Das sind so wirklich mit die Haupttipps, die ich habe, aber auch so was zu überlegen, wie will ich mit Icons arbeiten oder nicht? Man kann zum Beispiel auch sehr gut Icons in der Navigation verwenden. Wenn ich jetzt nur Icons habe, dann ist das vielleicht nicht mehr ganz so verständlich. Deswegen auch das zum Beispiel mit Text zu untermauern. Es gibt ganz, ganz viele Themen, die man da beachten sollte. Und ich glaube, dass A und O, was drüber steht, ist einfach Nutzerfreundlichkeit und ist es vor allem auch für jeden bedienbar. Für jeden, egal ob ich es auf Desktop, die Navigation aufrufe, auf Mobile. Weil das Thema Barrierefreiheit steckt da auch nochmal dahinter. Wie fängt an von, wie ist der Kontrast zwischen Linkfarbe und Hintergrund? Bis hin zu, kann die Navigation von Screenreadern ausgelesen werden und ist sie dann überhaupt noch bedienbar? Auch das, was man vielleicht an erster Linie gar nicht mitdenkt. Man kann mir jederzeit eine E-Mail schreiben an vanessa.seocation.de oder über LinkedIn, da bin ich auch immer erreichbar und gerne auf mich zukommen.